Als Windelkind irgendwie vorm Radio gestanden, da gibt es noch Bilder von mir und ich glaube damals lief Abba oder so immer, so laut meiner, von meinen Eltern, wenn es Hörensagen. Und da gibt es noch Bilder von mir, ich will da volle Kanne hier mit und mitsingen und und dann später im Chor, im Kinderchor gibt es auch ein Bild, wo ich dann die Einzige bin, die so, ne und Musik war schon immer so voll wichtig für mich und ich habe da als Kind dann wie ganz klassisch halt mit der Haarbürste vorm Spiegel gestanden und habe mir vorgestellt, ich stehe hier auf der Bühne und gehe voll ab und nach der Ausbildung war es dann auch so, also da bin ich dann direkt eigentlich in drei Coverbands eingestiegen, so gleichzeitig Krass. Und die eine Band. Eine Abercoverband war es aber nicht. Nee. Okay, ja krass. Und die eine Band, da war ich dann auch dabei, das war auch eine Showcoverband und die ist immer noch am Start, ziemlich groß in Baden-Württemberg und im Süden in Deutschland und da, die habe ich zusammen mit meinem Exfreund damals gegründet und da war ich ziemlich lange dabei und dann mit eigener Musik angefangen, so ganz klassisch von einem aufs andere gekommen halt, immer nur das Thema Musik. Aber plötzlich angefangen, hast du schon früher, hast du früher schon was gemacht oder fing das einfach mal, dein allererster Stück was reinlassen, dein erster Song? Mein allererster eigener, oder? Ein eigener Song, ja. Also wenn es hier so Geräusche gibt, das bin nicht ich, sondern das ist der Hund, ja, der macht manchmal so. Genau, der schnarcht mich gerade. Okay, das ist okay. Ja, dein allererster Song, genau. Ein eigener Song? Mhm. Kannst du dich erinnern? Oh, ja, den gibt es aber nirgends zu hören. Und? Den habe ich, den habe ich damals, den habe ich damals, weil ich habe mich damals mit dem Produzenten von unserer alten Band getroffen, das erste Mal, der so, ey, komm halt mal vorbei und spiel mir halt mal was vor, was du so machst. Da habe ich aber die Band noch nicht gekannt. Und dann war ich noch, dann war meine Kleine, die war noch ganz klein, die war noch so ein Baby, dann hat die gepennt hier direkt auf meinem Schoß und da war der Kassettenrekorder und dann habe ich da, ähm...